In einer Reihe von Videos geht es jetzt um den Inhalt dieser Schale. Jetzt erst mal das Intro und dann erzähle ich euch, was da drin ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Klügel und diesen Vorspann werdet ihr vor allen Videos sehen, die mit diesen Zetteln zu tun haben. Welches Video gerade läuft, das blende ich euch da ein. Ich stecke alle Videos in eine Playliste, die könnt ihr da drüben abrufen in der Infobox. Ich nenne das jetzt mal Zettelvideos. Ja, um was geht es? Also ich habe hier ganz viele Begriffe mir gestern Abend und heute den ganzen Vormittag immer wieder in eine Textdatei geschrieben. Da ist zum Beispiel Fotokina drin, da ist Kamera drin, da ist Bildbearbeitung drin. Alle diese Begriffe, da werde ich etwas dazu sagen. Die kommen kreuz und quer. Ich werde wirklich nicht schauen, was ich ziehe. Und ja, so etwa nach 10 Minuten mache ich dann mit dem Video Schluss und es fängt das nächste Video an. Und ihr habt einfach Spaß dabei und hört vielleicht etwas, was euch interessiert. Und ich bin sehr gespannt jeweils auf die Reaktion, auch auf eure Meinung. Die könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung kundtun. Bleibt höflich, dann passt das schon, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und ja, schreibt nicht nur irgendwie einen Satz, sondern ruhig ein bisschen mehr, damit man weiß, was ihr denkt, was ihr meint. Und jetzt geht es los. Ja, ein interessanter Punkt. Ein sogenanntes Reisezoom. Nun, solche Zooms, solche Monsterzooms, die gibt es eigentlich bei jeder Firma. In der Regel aber weniger bei Vollformat-Kameras zu finden, sondern eher dann bei Crop oder bei MFT-Kameras. Bei Bridge-Kameras gibt es auch, das sage ich ganz aktuell, weil ich da eine am Suchen bin für jemand, der eine Reise macht. Und da könnte es gut sein, dass es da wirklich Aufnahmen geben wird von Tieren, die ja nicht unbedingt immer direkt am Auto dann sind, sondern vielleicht weiter weg. Lange Rede, kurzer Sinn. So ein Monsterzoom hat natürlich Vorteile. Vorteil Nummer 1. Ihr müsst nicht ständig das Objektiv wechseln. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwo in einer staubigen Gegend. Ihr macht einen Objektivwechsel und ihr könnt dann ziemlich sicher sein, nach dem dritten Objektivwechsel habt ihr auch Staub in eurem Kamerabody, auf eurem Sensor. Und dann kann es bei euch passieren, dass ihr wirklich, ja, hunderte von Bildern retuschieren müsst, weil eben Sensorflecken im Himmel sind. Im Boden sieht man sie ja nicht, aber im Himmel. Oder es sind richtige dicke Fussel drin. Gibt Leute, die achten da nicht drauf und haben wirklich tausende von Aufnahmen mit einem Sensorfleck und sagen, naja, die kann ich doch nicht alle wegmachen. Ist halt so. Ist dann schade. Besser ist es dann, so ein Reisezoom zu haben und sich auch zu sagen, okay, ich wechsle das nicht in staubiger Umgebung. Ich habe auch für meine Kamera immer ein Reinigungsset dabei, damit ich unterwegs mal mit der Lupe gucken kann. Ist wichtig. Also das mal nur so nebenbei. Aber ein Reisezoom, ja, es ist eben ein Kompromiss aus Funktionalität, also sprich ein Riesenzoombereich und eben auch Qualität. Reisezooms im Normalfall, wenn man, ich sag mal, an normale Orte geht, wo man jetzt nicht kritisch ist, wo es nicht Situationen gibt, wo man schnell sein muss, finde ich persönlich schlecht. Da kann man dann lieber sagen, ich kaufe mir die klassischen beiden Kit-Objektive zu meiner Kamera oder kaufe mir die Kamera mit diesen beiden Objektiven. Da habt ihr sicher mehr davon qualitativ als ein Monsterzoom, was dann nochmal vielleicht Abstriche macht, auch in der Lichtstärke. Und das kann ja auch mal gerade in der Dämmerung, wenn man noch was fotografieren möchte, zum Problem werden. Es gibt gute, es gibt schlechte. Ich rate euch, wenn ihr vorhabt, so etwas zu kaufen, ich würde unbedingt in ein Fachgeschäft gehen. Ich würde sagen, hier, ich möchte dieses Objektiv mal am Wochenende ausleihen oder sucht euch einen Laden, der es ausleiht. Und dann macht ihr damit wirklich das ganze Wochenende Bilder und zu Hause könnt ihr dann feststellen, ja, damit komme ich klar, ich bin mit der Qualität zufrieden und, und, und. Und vielleicht könnt ihr es sogar günstig kaufen, wenn es ein gebrauchtes Objektiv ist oder eben neu und dann eben, ja, mit dem Wissen, wie gut oder wie schlecht ist es in gewissen Situationen. Also es sind immer noch genug da. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Halbzeit. Nehmen wir eins von denen. Ich sehe es nicht. Die Schrift ist auf der Seite. Also nicht wundern, wenn ich jetzt gerade mal nicht die Augen dumm zumache. Mode in der Fotografie. Ja, also damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Klamotten, sondern eben Modeerscheinungen. Da hätten wir vor ein paar Jahren zum Beispiel Color Key gehabt. Color Key bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein rotes Teil in irgendeinem Bild, also von mir aus eine rote Rose. Und ich mache eine Aufnahme und alles bis auf diese rote Rose wird entzettigt. Also sprich in schwarz-weiß umgewandelt. Und ich habe nur diese rote Rose. Das nennt man Color Key. Ich suche mir eine Farbe raus. Ich selber habe das früher manchmal gemacht. Da habe ich zum Beispiel nur beim Model die Jeanshose blau gelassen. Wobei nicht so blau, wie sie mal war. Ich fand, das sieht eigentlich manchmal ganz gut aus, wenn der Rest stimmt. Das haben aber so viele Leute gemacht, dass dann irgendwann der Peak überschritten war. Und dann fanden es alle ganz schnell zum Kotzen. HDR ist auch so ein Punkt. Gibt es da nochmal einen eigenen Zettel dazu. HDR, was haben wir denn noch? Naja, überhaupt Blümchenfotografie, Katzenfotografie. Von allem gibt es mittlerweile Berge. Und vieles, was da gezeigt wird, ist mitunter mäßig. Mäßig. Sagen wir mal, mäßig in der Qualität. Lustig finde ich es dann immer, wenn dann auch noch das Bokeh wichtiger ist wie das Motiv. Das ist nämlich gerade auch so eine Mode. Unter den Altglassammlern, es geht ja nur um die Unschärfe hinten. Ob ein Objektiv in irgendeiner Form gut ist, ist bei vielen Leuten gar nicht gefragt. Bei manchen mittlerweile schon. Ich sehe da einen neuen Trend. Moment, unter den Altglassammlern, dass halt Leute sagen, also ich verscherbele alles, was nix ist. Ich suche mir, mache ich ja auch, die besten Objektive raus und weiß dann, für was die gut sind. Zum Beispiel Porträtfotografie. Ich glaube, einer ist fast komplett auf Leica Objektive umgestiegen und macht damit ganz fantastische Porträtaufnahmen, weil die so schön soft sind. Das hatte ich ja vor einigen Clips auch schon mal angeberaumt. Also Mode in der Fotografie, das ist wirklich so ein Punkt. Im Vorhergehenden habe ich ja was von wegen auch Instagram gesagt. Ja, einer postet ein Bild. Viele Leute finden das super geil und alle rennen sie dahin und wollen dasselbe Bild machen. Wenn ihr das erlebt, wenn ihr seht, Moment mal, diese Location ist zum Beispiel total überlaufen oder nur weil ihr dort schon mal ein Foto gemacht habt, kommen zum Beispiel in den Communities jetzt Bilder von dieser Location, weil jeder mal da gewesen sein will. Dann habt ihr die Mode gerade bestimmt in eurer Region. Das gibt es hier übrigens auch. Das habe ich auch schon erlebt. Und ich habe mir geschworen, wenn ich das nächste Mal dorthin gehe, um ein Bild zu machen, dann wird dieses Bild was ganz Besonderes werden, was keiner so schnell nachmacht. Und damit ist die Luft aus den Segeln, auch wenn es dann ein Composing wird oder so. Aber ja, Mode in der Fotografie, muss man die mitmachen. Ich finde, nein, geht euren eigenen Weg oder seid diejenigen, die die Mode in eurer Region gerade rausbringen. Das gibt es wie gesagt auch, was Motive angeht. DLSR oder DLSM, also Spiegelreflex oder Spiegel los. Heißes Eisen, ein richtig heißes Eisen. Ich habe ja ein Video gemacht, dass man mit 40 Jahren, 45 Jahren dann anfängt, wenn man eine Lesebrille braucht, dass man nicht mehr so auf seinen Monitor sehen kann, wenn man gerade eben nur eine Lesebrille braucht. Manche Leute sind ja stark fehlsichtig. Die haben sowieso noch ein viel größeres Problem. Die Frage ist, was ist besser, Spiegelreflex oder Spiegel los? Diese Frage darf jeder für sich entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass Spiegel los für mich einfach der Schritt war vor vier Jahren und der war sehr unbewusst gemacht. Da habe ich an vieles, was ich heute darüber sagen würde, noch überhaupt nicht gedacht. Für mich war es die beste Entscheidung in meinem fotografischen Leben. Digital sowieso gesehen und ja, Film war eine andere Zeit, das ist mal außen vor. Da war eher die Hasselblatt, also Mittelformat ein ganz entscheidender Punkt. Aber die Spiegel losen, das ist für mich, ja für mich und das, was ich mache, das Beste, was mir passiert ist. Es ist natürlich noch nicht da oben auf dem 100% Level. Man kann viel klagen über den Sucher, über die Darstellung. Gerade wenn es dunkel ist, ist es schwierig scharf zu stellen. Da gibt es viele, viele Punkte. Aber mal Hand aufs Herz, mit einer Spiegelreflex kann man dann auch nicht mehr scharf stellen. Dann verlässt man sich auf den Autofokus und wenn der nicht stimmt, das habe ich bei meiner 5D Mark II gehabt, ja, dann hat man eben auch den Ärger. Also ich persönlich würde euch als Neuling, wenn ihr Neueinsteiger sagt, immer sagen, Spiegelreflex. Wenn ihr sagt, ich kaufe mir eine alte Kamera, ich kaufe mir alte Objektive, ich möchte Geld sparen. Und ich möchte eine gute Technik haben, die funktioniert, da ist ja keine Frage drin. Aber wer sagt, ich kaufe mir eine neue Kamera, der kauft sich in meinen Augen keine Spiegelreflex mehr. Auch wenn immer noch ein paar Spiegelreflex rauskommen. Die 90D hat ja jetzt Canon rausgebracht, die war in der Entwicklung, die wird rauskommen. Genauso die D6 von Nikon, also eine Profikamera, die richtig scheiß viel Geld kosten wird. Die ist auch in der Entwicklung gewesen, während spiegellos entwickelt wurde bei Nikon und auch bei Canon. Man bringt das eben raus, weil es immer noch Leute gibt, die es mögen. Viel zu lange geredet, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Clip. So, jedes Video braucht einen Abspann. Ich sage gleich, wenn ihr diesen Abspann seht, es gibt noch weitere Videos. Weil das Endvideo hat seinen eigenen Abspann. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, da oben gibt es den Link zu einer Playliste. Da habe ich nämlich alle diese Zettelvideos jetzt mal reingesteckt. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ihr habt was gelernt. Ich weiß, das ist größtenteils so ein bisschen meine Meinung, die ich da erzählt habe. Es gibt viele Leute da draußen, die eine andere Meinung haben. Das ist auch vollkommen okay. Wir können da auch gerne vernünftig da unten in den Kommentaren zu irgendeinem Punkt diskutieren. Es würde mich aber freuen, wenn ihr mir erlaubt, meine Meinung zu haben. Weil ich mache auch meine Fotos und wenn ich hier mein Wissen oder meine Meinung mit euch teile, dann ist das ja nicht böse gemeint. Ihr müsst nichts von mir übernehmen. Ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen und eben damit selber glücklich werden. Das ist euer Leben. Ich lebe mein Leben. Ich teile nur das, was ich über Fotografie schon alles so denke, gelernt habe oder auch immer jeden Tag noch lerne. Das soll es gewesen sein. Ein Abo wäre schön, Daumen hoch wäre schön, Kommentare sind immer schön, wenn sie gut sind sowieso. Da gibt es irgendwo den Abo-Knopf, der würde mich auch freuen, falls ihr nicht schon Abonnent seid. Und wenn ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann macht das mal. A, weil es dann einfacher ist, meine Videos zu finden. Ihr findet die nämlich bei eurer E-Mail-Adresse und seht sofort, wenn was Neues rauskommt. Das ist viel besser, als immer diese ganze Abo-Liste durchzugehen und zu schauen, wer hat denn da was Neues gemacht. Das macht man natürlich nicht bei jedem Kanal. Vielleicht macht das auch nicht bei meinem Kanal, weil ich nicht so wichtig bin. Ich sage jetzt, tschaui, tschüss, euer Sven, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen.